Montier mit mir. Montagekleber. Kein Bohren, Dübeln, Schrauben mehr. Für Holzpaneele, Fußbodenleisten, Kunststoffe und Metalle. Für innen. Das Produkt ist mit dem EMI-Code EC1 Plus ausgezeichnet und daher sehr emissionsarm. Für nachhaltiges Bauen und Renovieren. Klebstoff mit Auspresspistole auf Untergrund oder Klebgut streifenförmig auftragen. Klebgut innerhalb von 15 Minuten andrücken und ausrichten. Spannungsreiche oder schwere Klebgüter circa 24 Stunden abstützen. Frische Klebstoffreste feucht abwischen. Lugato steht für Markenprodukte in höchster Qualität, Gelingensicherheit und Dauerhaftigkeit. Lugato fürs Leben gemacht.